Wenn man eigentlich schon in diesem Part, äh, den finden wird, das weiß man ja nicht. Vielleicht haben die Entwickler das ja auch wieder aufgesplittet. Ähm, anlegen. Das sieht doch gut aus. So, komm, den... Na, muss ich halt aufpassen, dass ich den nicht verkaufe. Oh mein Gott, dass ich alles im Bullshit in der Tasche habe und die meisten kann ich nicht mal verkaufen. Das ist ja auch das Tragische dabei. Das ist nicht für meine Klasse, also kann das auch weg. Huch, das schon. Das, äh... Moment. Kraftpräzision. Ja, das, äh... Ja. Nö, das wird angelegt. So. Ähm, kann ich das jetzt auch... Also, ich kann das zumindest schon mal nicht verkaufen. Alles klar, dann, äh, sind wir hier fertig. Aber wie schön ich das finde, dass ich jetzt halt die Aufnahme nicht unterbrechen muss. Gut, hier sowieso nicht, aber, ähm, auch wenn ich dann... Na, wir schon. Äh, ich muss niesen. Gleich. Habe ich so das Gefühl, äh, unterrichtet Tribun Brimstone über euren Fortschritt in südlich des Schlüssels. Sprecht mit Tribun Brimstone, ähm, 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 ähm. Jetzt können wir das schön mal austesten hier, ne? Also, ich hätte das schon mal probiert, dass das funktioniert, das ist alles schön und gut, aber hier seht ihr das mal live, ne? Keine Unterbrechung mehr im Ladescreen. Äh. Hier, Moment. Ja. Da gibt's keinen Abbruch. Boah, und super, es geht einfach weiter, ja? Ohne Abbruch. Ja, find ich auch. Nein, also die schönste Stadt der Welt ist es nicht, also ich find die eher hässlich. So, hallo, Redlock. Ich war schon gespannt auf euren Bericht, Legionär. Wie ist es mit den Schrottern gelaufen? Habt ihr ihnen etwas Vernunft eingebläut? Gründlichst. Ich habe die zweite Schlüsselhälfte bekommen und bin bereit, mein Erbe anzutreten. Gut. Was fand Argus bloß so wichtig? Ich war viel zu lange in der Schreibstube eingespannt. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Es ist mir eine Ehre, Tribun Brimstone. Gut. Wir treffen uns an den Ruinen. Und nennt mich einfach Redlock. Oh, ich glaube, wir haben hier schon so gute Arbeit geleistet, dass Redlock jetzt schon so ein bisschen freundschaftlich zu uns spricht. Jetzt dürfen wir hier einfach nur Redlock oder Brimstone nennen. Ja, wir sind halt doch schon gut. Am Anfang waren wir noch voll die Assis, zumindest gegenüber den eigenen Offizieren. Aber das haben wir ja schnell geregelt. Das lassen wir uns ja nicht einfach so bieten. So. Na komm, die Map ist ein bisschen pixelig. Okay, in dem Gebiet waren wir noch gar nicht. Ja, jetzt natürlich gucken, hier oben. Ich denke mal, wir nehmen jetzt hier diesen Wegpunkt mal. Und... Uh, kurze... Kurze Anfangslags. Kein Problem. Dann gehen wir mal hier in Richtung... Story. Und dann... Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Findet den Schatz. Ah, jetzt müssen wir doch den Schatz finden. Also wir werden doch noch auf den Schatz vielleicht treffen. Vielleicht aber auch nicht. Ja, es könnte sein, dass der Schatz in Wahrheit irgendwas anderes ist. Oder vielleicht ist das auch... Ne? Man weiß es nicht. Oh. Steigert die Moral der Truppe der Blutlegenden zerstört, dass die Trebuchets, also die, ne, hier, hier, die Trebuchets, und, ähm, und Kanonen der Geister. Okay, dann müssen wir wohl... Okay, dann müssen wir wohl... Ne, Trebuchet? Und, äh, die Herr, die, ne, hier, 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 hier... Weiß ich das? Boah, wie das Assi ist, dass das, äh, da so ein Hund als Begleiter mal her, hier, hier, spawnen konnte, dass er... Och, die ist Trebuchet ja mal weg. Kanonen auch am besten. Machen wir jetzt mal diese Herzchen-Geschichte hier mal, weil die ist ja schon ziemlich assi. Wenn wir die jetzt haben, oh, und den Fähigkeitspunkt und das Teil da in der Mitte auch am besten, wenn wir das haben, dann müssen wir die nicht noch malen. Und am besten wir holen jetzt genau den Punkt hier noch mal. Dann können wir ja sterben. Das ist kein Problem. Ja, das können wir hier weiter spawnen. Weil ich halt, bei solchen Dingen hab ich halt wenig Lust, wenn ich das so sehe, boah, das ist ja voll ätzend, dann das irgendwann nach hinten zu schieben. wenn wir dann, das würde ich dann gerne gleich machen. So, ich hab hier dritten wo noch eine Kanone. Ah, Geisterkanone. Weg versperrt? Glaube ich hier wohl nichts. Und hier hab ich, nein, hier hab ich noch, der hat die Kanone noch abbekommen. So. Und dieses nervige Trebuchet, ne? Interagieren. Verlassen. Da würde ich jetzt gerne mal hin und es niedermachen. Ja, es geht. Es ist das Trebuchchen mitgesehen. Ah, da wird auch umgekämpft. Mist. Das Teil wollte ich eigentlich wegmachen. Das zählt da natürlich nicht, weil ich es nicht angekündigt habe. Das zählt da natürlich. Das zählt da natürlich. Zack Zack Gummizier 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 Hier haben wir das Hier die Sehenswürdigkeit und wir haben den Punkt Und hier ist es immer sehr doof rauszukommen Gummizier 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.